Paula, ähm, ich, der Schaf ist tot und ich muss gleich weinen und ich bin auch sehr traurig. Und sein Hals. Warte, willst du erklären, Paula? Erklär mal Paula, warum? Und mit dem Bisschen wurde der Hals geschnitten. Aber der lebt noch ein kleines bisschen. Und da war richtig viel Blut. Aber sie weiß nicht, wovon wir sprechen jetzt. Was meinst du jetzt mit dem Schaf? Wo hast du das gesehen? In der Radier gemacht. Gestern? Ja. Und was haben wir denn sonst gesehen? Was haben die Menschen da gemacht? Die haben irgendwas, ähm, was auf dem Rücken so gehauen. Ich wusste, das tut ganz weh. Mit Ketten, ne? Ja. So, Emilia, du noch was? Paula, da wurde er mit dem Fuß genommen. So und dann so mit, mit dem Band so auf dem Feld gehauen. Das ist irgendwie nicht. Und was habt ihr heute gemacht? Ähm, Mama macht ein schönes Bild wie in dem Freundebuch. Und noch, ich hab was gemacht und, äh, und diese Puppe soll mein echtes Baby sein. Mhm. Jetzt, Lukas, was hast du heute gemacht? Äh, wir waren heute mal am Spielplatz. Eine Katze hat sein Auge ab. Wir haben, ähm, Essen gekriegt, eine Suppe. Na, hier ist ein Spielplatz, Hotel, ein Spielplatz bei einer Rutsche. Da hab ich richtig Angst. Jetzt, sag ich mal kurz, äh, wo wir geparkt sind in Teheran. Ich höre Musik. Okay. Und eine Person hat was ganz Schwieriges getragen. Das ist so, fast so, das ist fast so lang wie unser Auto. Und eine Person hat das getragen mit Federn. Und wir waren da drauf. Und war ganz, ganz schwer. Mhm. Okay, gut. Das war, äh, der Bericht von heute, ne? Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Pippen.